Hat unsere Liebe noch eine zweite Chance? Das ist ja ein Thema, was häufig kommt, wenn eine toxische E-Mail anfängt, aber ist heute, glaube ich, nicht so der Fall, beziehungsweise wir gucken uns das mal an. Das ist durchaus eine positive Mail, positive Geschichte. Mein Name ist Christian Hemmschelmeier, Partner, Beziehungscoach, Stilungspsychologe, mit Juli heute dabei. Bevor wir loslegen, und ja, es gibt Ihnen wieder unsere Black Friday-Aktion. Diesmal ist der Code Black Week 25 bis Sonntag, bekommst du 25% auf meine Kurse. Auch für Kurspakete gilt der Code, du kannst ihn auch mehrfach anwenden. Ich sage nochmal kurz ein, zwei Sachen, wenn du jetzt das Video hören willst, ich spule nochmal zwei Minuten vor, aber dazu, weil das, glaube ich, so viele Fragen kamen, weil die Newsletter-Abonnenten haben schon ihren eigenen Code gekriegt, der ist immer so einen Tacken größer, genau. Da kamen so eine ganze Menge Fragen. Also, ihr könnt Kurse in der App kaufen, die sind dann auch auf der Webseite in eurer Bibliothek. Ihr könnt Kurse auf der Webseite kaufen, die sind dann auch in der App. Ihr könnt aber in der App keinen Code eingeben, das geht halt aus App Store und Google Play Store Gründen nicht. Deswegen habe ich oben in der App, nicht alle, aber so ein, sage ich mal, zehn Kurse oder so, habe ich an sich schon vergünstigt. Da brauchen wir keinen Code eingeben, da steht oben Black Week Kurse, könnt ihr in der App kaufen. Wenn ihr ihn noch nicht habt, die wird immer weiter ausgebaut, Liebeschip-App in Google Play Store und im App Store. So, dann kommen so Fragen, so, ich meine, ich habe vor, was weiß ich, zwei Jahren mal Liebeskummer-Kurs gekauft, jetzt will ich das große Liebeschip XXL-Kurspaket kaufen, kann man das irgendwie upgraden? Also, wenn jemand nur so einen Kurs hat und kauft dann ein Paket, dann könnt ihr gerne mal fragen, das sind zwar jetzt so, sage ich mal, ausgesuchte Fälle, was wir jetzt nicht machen können, dass jemand sagt, so, ich will Verlustangskurs machen, Eifersuchskurs, was weiß ich, machen wir noch mal einen Extrapreis? Nein, das ist schon der Code, das ist der Extrapreis, aber ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt es gern, wir schreiben hier gerade Tag und Nacht, sind wir im Report am E-Mails beantworten. So, aber jetzt geht es los, genau, hat unsere Video noch eine zweite Chance von einem Mann diesmal, von Brezhnevkov und er schreibt, lieber Christian, danke für deine großartige Arbeit, nicht nur deine Videos und unterhaltsam und öffne mir immer wieder die Augen, sondern vor allem auch, deine Kurse sind einfach super und ich fühle mich auf meinem Weg gut unterstützt, danke. Da ich vor drei Monaten eine Trennung hatte, war es super, mit dem Liebeskummer-Kurs Halt zu finden und mit dem Modul 1, Umprogrammierung des Liebeschips, Dynamiken zu erkennen und zu verändern. Also, wenn ihr nicht bis zuvor anfangen sollt, Modul 1 ist immer ein super Start, beziehungsweise 0 mit Liebeskummer. Immer wieder mache ich die innere Kind-Mediation und höre mir die Sachen an, die mir am meisten geholfen haben. So geht es mir auch mit den Kursen wie Selbstliebe-Challenge und Verlustangskurs. Ich geließe es immer wieder, zurückzukehren und einzelne Übungen daraus zu machen. Nun zu meiner Situation. Vor drei Monaten hat sich meine Freundin nach sechs Jahren Fernbeziehung von mir getrennt. Aufgrund des Studiums lebten wir in unterschiedlichen Städten. Ich bin Anfang 30, sie ist Ende 20. Unsere Dynamik hat sich gegen Ende immer wieder dahin entwickelt, dass ich mehr wollte und sie sich immer mehr zurückgezogen hat. Wir haben uns einfach immer mehr gegenseitig in unseren Mustern angetriggert. Es ist auch noch kritischer, aus Polaritätsgründen, haben wir in letzter Zeit nicht mal so viel drüber gesprochen, aber Polarität, diese Mann-Frau-Polarität. Also dieses, ja, gut, werden wir es heute nicht besprechen, aber jetzt fleißigen Hörer wissen, was ja gemeint ist, dass es noch ungünstiger ist, wenn der Mann so mehr hinterher ist und der Mann verlustängstlich ist. Das ist noch schlimmer, als wenn die Frau verlustängstlich ist, weil das die Frau dann auch on top abtörend so. Vielleicht hatten wir in unserer Dynamik auch etwas Bindungs- bzw. Verlustängstliches oder die Polarität war nicht mehr im Lot. Ja, genau, das meine ich. Sie wollte am liebsten nur noch Leichtigkeit, das sagen immer gerne die Menschen im Minuspol, und hatte nicht die Kapazität, über Beziehungsprobleme zu reden. Hatte in Rückzugsmomenten das Gefühl, vielleicht doch irgendwann eine offene Beziehung zu wollen, also die Freundin, was nicht eher, hei, 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 und konnte auch spontan einen Tag vor einem gemeinsamen Silvestertag sagen, dass sie doch lieber mit ihrer Familie feiern möchte, als zu mir zu fahren. Ja gut, also wenn die Freundin sich distanziert oder der Partner, darfst du dich doppelt und dreifach distanzieren, da laufen wir natürlich nicht hinterher, vor allem wenn man gar nichts gemacht hat eigentlich. Wenn man es gemacht hat, ist natürlich was anderes. Das mit der offenen Beziehung ist einfach jetzt viel häufiger. Ich würde das vor allen Dingen, ob sie das jetzt wirklich will, weiß ich nicht. Ich würde immer noch behaupten, dass die meisten Menschen, wenn sie über beide Ohren verliebt sind, jetzt nicht unbedingt überlegen, ob sie eine offene Beziehung haben wollen, zeigt deutlich eine sich entliebende Freundin. Und da sollte man sehr schnell gegensteuern. Mein Tipp ist vor allen Dingen immer, an der Polarität zu arbeiten. Also wenn man das Gefühl hat, sonst bin ich jetzt nicht fremdgegangen und was weiß ich und ich bringe auch den Müll raus. Und dann mal überlegen, wie sieht das aus mit der Polarität, sich auch mal zurückziehen. Also jetzt nicht so als Strafe oder so, sondern einfach mal sagen, ach, dann soll sie doch mal auf so mich zukommen. Mission leben. Wenn euch das mehr interessiert, wie gesagt, gibt es auch die ganzen Polaritätskurse bei mir. Also zwei vor allen Dingen. Ja, aber weil wenn, das hatte ich auch neulich mal wieder in so einem Paartherapietermin. Wenn eine Frau sich erstmal einmal so komplett entliebt hat, dann ist Feierabend. Das ist bei Frauen noch viel krasser als bei Männern. Das ist nicht immer, manchmal glimmt doch noch ein bisschen Glut, aber wenn die Glut aus ist, ist sie aus. Du hättest mir in einigen Momenten sicherlich gesagt, wo sind deine Fakien-Standards? Ja, auch diese Standards zu halten, die eigenen, persönlichen, da reden wir ja immer viel drüber hier, ist auch sehr polar übrigens, sowohl für Männer als auch für Frauen. Aber ich bin in diesen Momenten einfach nicht für mich eingestanden, so ein bisschen Peerbleaser-mäßig. Da haben wir ja auch einen Kurs für. Ich werde auch das ganze Kurssystem nochmal umstellen Anfang des Jahres, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Aber ich bin in diesen Momenten auch einfach nicht mehr... Achso, ja, hatten wir schon. So hatte ich meine Ex-Freundin ja nicht einmal die Chance zu sehen, was ich brauche und wer ich bin. Ja gut, Schluss gemacht hat sie vor drei Monaten am Telefon. Aber gut, ich bin ja jetzt nicht so, Gott, wie man... Ich glaube, die wohnen weit auseinander. Ist halt heutzutage so. Weil sie wohl einfach nicht mehr konnte, wie sie meinte, nicht geplant. Kann mal passieren. Sie brauchte einen Neuanfang, der hat auch andere Dinge in ihrem Leben infrage gestellt, zum Beispiel Studium abbrechen oder war einfach ausgelaugt. Es gibt ja auch die, wie soll ich mal sagen, Quarter Life Crisis der Frau. Das ist häufig so Anfang 30, wovor ich nochmal überlegen. Genau, will ich diesen Neuanfang, will ich mal ganz neu starten, will ich mit dem anderen Mann Kinder kriegen, weil die wissen natürlich auch, jetzt Anfang 30, ich will die auch gar keine Kinder kriegen, aber dann muss es auch so der Richtige sein. Dann kriegen die manchmal so das Gefühl, nee, ich will mal was anderes. Naja. Sie hat sich zuerst eine Pause auf unbestimmte Zeit gewünscht. Na, das ist natürlich nicht gut, was ich aber nicht bereit war mitzugehen. Ja, da bist du für dich eingestanden. Das war schon mal ein sehr guter Move, dass du hier nicht Nili warst und gesagt hast, ja, na klar, ich warte hier auf dich, ich bewege mich keinen Millimeter vor dir aus meinem Wohnzimmer und warte, dass du dich irgendwann in 1 bis 10 Jahren meldest. Dann hat sich mit Sicherheit nie gemeldet, sondern du hast jetzt genau das Richtige gemacht, deswegen braucht man ja auch keine Ex-Zurückkurse oder so ein Kram. Das interessiert uns ja alles nicht. Wenn der Ex keinen Bock mehr auf dich hat, dann hat er keinen Bock mehr auf dich und das attraktivste ist meiner Ansicht nach, jetzt nicht ärgerlich zu sein, sondern sich umdrehen und wegzugehen und zu sagen, okay, du willst mich nicht, kein Problem, ne? Ja, ich lebe mein geiles Leben, juckt mich nicht. Juckt er natürlich schon, aber zu sagen, ja, alles klar, wenn du nicht willst, nicht hinterherlaufen, weil das ist wirklich das mit Abstand das Attraktivste. Und vor allem jetzt auch gar nicht, wirklich in dem Moment auch nicht zu wollen, sondern dass er einfach sagt, du willst mich nicht, will ich dich auch nicht. So. Da blieb ihrer Meinung nach nur die Trennung. Ja. Also lasst euch nicht auf so Pausen ein, es sei denn, ich will mal ein Wochenende bei meiner Freundin auf der Couch schlafen, okay. Aber so Pausen, gerade bei Frauen, kann man auch wirklich besser, man trennt sich nicht. Pausen ist immer, es ist so in der Paartherapie, so das Mittel der allerletzten Wahl, wenn man alles ausprobiert hat, aber da kommt seltensten Fällen was Gutes bei raus. Also eigentlich beschädigt das dann immer nur noch die Trennung. Dann ist es besser, ja, gleich auseinander zu gehen, weil dann kannst du auch drüber nachdenken, ob es sich wirklich trennen wollte und was weiß ich. So, dann, nun hatten wir zweieinhalb Monate Nullkontakt. Das Zweite, was du hundertprozentig richtig gemacht hast, wirklich, meine ganze Arbeit besteht ganz viel aus gesundem Menschenverstand. Und Nullkontakt ist für dich gut, weil du kommst schnell aus dem Liebeskummer raus. Nullkontakt ist auch, wenn überhaupt mal irgendeine Chance bestehen sollte, dass irgendjemand zurückkommt, dann eigentlich aus dem Nullkontakt so, wo er echt überlegt, hm, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee, mich zu trennen. Sehr gut gemacht, sehr, sehr gut. Nach dem ersten wirklich schlimmen Monat geht es mir aber jetzt vor allem natürlich deinen Liebeskummer-Kurs, der macht die Fabian Kurse. Und gute Ablenkung, sehr gut. Ich bin selbst überrascht darüber und hatte inzwischen auch Angst, dass das bestimmt nur eine gute Phase ist und mich der Schmerz wieder voll einholen wird. Aber es hält schon zwei Monate an. Yeah. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so schnell ging, weil ich mich am Ende der Beziehung auch mit einigen Sachen Unruhe gefühlt habe. Also du hast sie dann nicht mehr auf den Podest gestellt. Sehr gut. Und mir vielleicht ein Beziehungshinterfrageprozess im Gange war. Oder vielleicht haben wir Sachen wie eine neue Wohnung, neue Freundschaften oder auch mal eine andere Frau küssen, ohne dass ich das geplant hatte. Tanzkurs machen, wirklich einen Nordstaat beschert. Meine Ex-Freundin hat sich also nach zweieinhalb Monaten wieder bei mir gemeldet. Na, schau mal an. Das, was du hier unfreiwillig gemacht hast, ist das beste, wir reden ja selten drüber hier, aber das ist ja jetzt keine toxische Beziehung, das beste Ex-Zurück-Programm, was es gibt. Einfach glücklich sein Leben, ein Leben weiterleben. Und wenn es so sein soll, vielleicht denkst du schon gar nicht mehr dran, möchtest sich irgendjemand wieder. Wenn nicht, auch egal. Da triffst du neue tolle Frauen und dass sie mich gerne treffen würde. Ach, schau mal an. Bestimmt nicht nur treffen, also bestimmt auch berühmten Indoor-Olympics. Dass sie mich vermisst und sie sich wünscht, wieder mir zusammenzukommen. Ja, da kommen wir jetzt doch gleich right on point. Was ich auch mal sage, derjenige, der zurück will, der sich getrennt hat und jetzt zurück will, muss die ganze Arbeit machen. Und da geht sie schon so in die Richtung hier. Was sie ganz klar sagt, ja, ich will jetzt auch nicht eine Brieffreundschaft mit dir, sondern ich will mit dir zusammen sein. Würde es vielleicht sagen, kein Zufall, dass sie sich meldet, wenn es mir wieder gut geht und ich mein Leben lebe und auch kraftvoll meiner Polarität bin. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Wer weiß, was Menschen insgeheim so alles spüren. Ja, definitiv. Ich ging auf das Treffen ein, weil ich das Gefühl hatte, genügend Abstand zu haben. Du bist nicht liebessüchtig, dann kann man das machen. Vielleicht naiv von mir, ich weiß. Also wir sind jetzt nicht, also wir besprechen hier viel, aber das Leben ist eine ständige Ansammlung von Fehlern. Nicht, dass man jetzt bewusst Fehler machen sollte, aber ich will es auch nicht sagen, was das einer ist, überhaupt nicht. Es ist ein Ausprobieren, es ist ein Abenteuerspielplatz hier. Ich hatte in diesem Moment auch noch das Gefühl, wieder, auch nicht das Gefühl, wieder in eine Beziehung zurück zu wollen. Da muss man sich mal ehrlich ins Spiel gucken, was man dann will von so einem Gespräch. Da geht es jetzt so um Indoor-Olympics, was total in Ordnung ist. Einfach den Strill, also man sollte einfach klar sein, warum man das macht. Es war aber etwas anderes. Die erste Umarmung und ihr in die Augen zu schauen, haben bei mir sofort wieder ein Verliebtheitsgefühl ausgelöst. Das Treffen war also ab dann eher ein Date als ein abschließendes Treffen, so wie ich es mir im Vorhinein ausgemalt hatte. Wir kussten uns, hat sie einfach schön angefühlt. Ich hoffe, ihr habt es dann auch gebührend gefeiert, das Ganze. Vor allem auch zu merken, dass sie voll möchte und ich ein wenig leaned back bin. Ja, das ist, was vorher gefehlt hat. Definitiv. Und das musst du jetzt, wenn du sie zurückhaben willst, das ist ja glaube ich nicht ganz klar, musst du jetzt zu 100% durchziehen. Lass sie arbeiten fürs Zurückkommen. Umgekehrt, wie am Ende unserer Beziehung oder vielleicht auch in der Tendenz generell in unserer Beziehungszeit. Nur meine Frage, ich habe ganz unterschiedliche Gefühle und Bedürfnisse in mir und ich weiß nicht, wie damit umgehen. Zum einen finde ich meine Ex-Freundin toll und anziehen und kann mir sehr gut vorstellen, wieder mit ihr zusammenzukommen beziehungsweise erst einmal zum Daten. Zum anderen möchte ich gerade weiter Energie, mein neues Leben stecken und gar nicht in einer Beziehung sein, weil es sich gerade so gut einfühlt, mein eigenes Leben voranzubringen und an Mustern zu arbeiten und so ein gutes Fundament zu bauen. Bis schon der Zweite jetzt in wenigen Tagen, das finde ich richtig cool, der sagt, ich weiß überhaupt nicht, ob ich in eine Beziehung möchte. Das hören wir ja selten in den E-Mails, weil man meistens immer so verlustängstlich ist und liebessüchtig. Aber das ist genau, wo ich euch haben will. Nicht, dass ihr jetzt so bindungsängstlich seid, dass ihr nie wieder in eine Beziehung wollt, aber dass ihr überlegt, wie ist das überhaupt? Das ist ein geiles Ding im Leben. Weiß ich nicht, muss das überhaupt sein? Und kannst ihr jetzt auch ihre Medizin füttern, sage ich mal, eben, wie du sagst. Aber das, sowas ist ja jetzt natürlich nicht gemeint, aber du kannst auch sagen, ja, das ist auch eine offene Beziehung. Ja, also wenn du das fühlst, weiß ich nicht. Oder du kannst auch sagen, du lass uns erst mal daten. Es kann ja auch einen abgesprochenen Rahmen haben, so eine Exklusivität, eine sexuelle oder so. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob ich in eine Beziehung möchte. Also sei kein People-Pleaser jetzt wirklich. Also erst mal, findest du das ja irgendwie attraktiv, dass du jetzt in deiner Kraft bist? Also bleib da. Und das heißt, dass du zu dir einstehst. Klar, wenn du zusammen sein willst, dann musst du sie auch nicht zappeln lassen, dann sagst du sie halt. Aber wenn du sie einfach nur daten willst, da ist wirklich, sie hat sich getrennt. Sie muss jetzt mit den Konsequenzen leben, dass du vielleicht gar keine Lust mehr hast. Aber sei ehrlich zu ihr natürlich. Also in jeder Hinsicht ehrlich sein. Das ist sowohl fair als auch Anti-People-Pleaser. Außerdem bin ich vorsichtig, weil ich Angst habe, dass wieder alte Dynamiken mit ihr entstehen, wobei alles noch so frisch ist. Die Fahrt ist sehr groß. Also ich freue mich jetzt wirklich, dass mal jemand ein gutes Erlebnis hatte. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder so läuft wie vorher, ist nicht 100%, muss man ganz klar sagen. Aber die ist vielleicht 80%. Aber vielleicht ist es, vielleicht auch nicht. Also wir hatten hier heute so ein YouTube-Video mit Joy, Dina Lainey und Max Herre. Vielleicht ist das ja echt so ein ganz tolles Paar eigentlich. Ja, die waren auch mal, glaube ich, jahrelang auseinander. Und er hatte, glaube ich, sogar ein Kind mit jemand anders. Dann sind wir zusammengekommen und zusammengeblieben. Also es gibt schon. Aber wenn das in die Richtung gehen sollte, dass sich das Alte wieder einstellt, aber dann fliegt es sowieso ruckzuck auseinander. Du musst jetzt wirklich in deiner Polarität bleiben, ob sie dir zusammen sein willst oder nicht. Bleib in deiner Polarität. Das ist jetzt die Aufgabe vom Universum. So. Obwohl schon, ich spüre, dass schon Veränderung in meinem Wegen getreten ist und auch meine Ex-Freundin durch ihre neue Therapie, ich gehe auch in Therapie, Dinge erkennt und sich schon unser Miteinander bei unseren Treffen ganz anders angefühlt hat. Problem ist auch, dass wir nach wie vor in unterschiedlichen Städten leben. Neun Stunden Zug. Also ich vermute mal, bis jetzt die Verspätung von der Deutschen war nicht mitgerechnet. Wo muss man denn neun Stunden Zug hinfahren? Ist das Flensburg? Weiß ich nicht. Rosenheim? Oder österreichische Grenze? Oder was ist das hier? Ich weiß es nicht. Ansonsten würde ich sie gerade einfach gerne daten. Spaß haben, vielleicht ein, zwei Mal die Woche treffen und schauen, wie es sich anfühlt. Ja, also du kannst ja sagen, hey, keine Ahnung, wir können uns treffen, aber sehen wir es nicht wieder zusammen. Also einfach nur ehrlich. Meine Ex-Freundin meinte schon einen halben Spaß, dass sie sich voll vorstellen konnte, in einem halben Jahr zu mir zu ziehen. Na, das ist ja mal ein Turnaround hier. Da kannst du ja echt auf die Schulter klopfen. Das ist mir aber zu schnell. Wir sind gerade bei zu eingespanntem Beruf und Studium, dass wir uns erst in knapp drei Wochen sehen können. Ja, ihr seid noch nicht wieder zusammen. Ja, trifft sie, aber lebt dein Leben. Was wir jetzt auch mal so abgemacht haben, sie besucht mich, aber das ist ja einfach anders. Irgendwie alles ein bisschen vertrackt. Ja, ja, es ist, verstehe schon, das ist vertrackt, weil du jetzt gedacht hast, du hast jetzt was in deinem Kopf zurechtgelegt und jetzt sind die Dinge aber anders. Aber das ist, das Leben ist halt so. Ständig gibt es Überraschungen und du bist dir eben nicht sicher, was du machen willst. Das ist auch okay. Daten sollte doch einfach unkompliziert sein. Ja, es kann es ja, ohne, vielleicht hast du das Gefühl, du müsstest dich jetzt gleich wieder so festlegen, was du jetzt gerade gar nicht mehr willst. Irgendwie so, aber denk doch mal einfach dran, du lebst dein Leben und in drei Wochen kommt sie halt so. Wenn du mal jetzt das Gefühl hast, das fickt total deinen Kopf und, weiß ich nicht, es fühlt sich einfach nicht richtig an, ja, dann lässt es halt, das ist auch deine Antwort. Wir haben nochmals telefoniert, was schön war, aber da fand ich es viel schwieriger, die Balance zu finden zwischen leicht sein, über Sachen zu reden, die in der alten Beziehung nicht so liefen, erzählen, was alles neu im Leben ist. Naja, also sei kein People Pleaser, also das, nur weil sie jetzt, du hast jetzt noch diese alten Sätze im Kopf mit leicht sein, sei doch einfach, wie du bist. also wenn, denk doch mal einfach nicht, dass du irgendwas beweisen musst, ne, so, also, sie ist von alleine wieder zurückgekommen, du musst gar nichts machen, ne, muss auch nicht leicht sein, ne. Beim Treffen hat sich alles ganz natürlich angefühlt, ja, also auch hier gilt natürlich wieder, der Datingprozess fängt von vorne an und am Telefon macht es nicht viel Spaß, ne. Trotzdem gibt es natürlich wiederum Themen, für die ich ein Gefühl haben möchte, bevor wir dann Richtung Beziehung gehen. Ich sitze hier also mit einem undefinierten Gefühl, den kann meine Ex freuen, den will bei ihr sein und irgendwie hindert es mich aber, mit voller Power in meinem Leben zu sein. Ja, man könnte, könnte es natürlich auch überlegen, ähm, weiß nicht, ist es bei ihr so ein Ego-Ding, ähm, will sie nicht, also jetzt nicht so bewusst oder so, ne, aber, weiß ich nicht, will sie nicht, dass du weiterziehst, ähm, was hat sie in der Zwischenzeit gemacht, ähm, würde mich auf jeden Fall selber eine Fortsetzung freuen, schreib uns mal irgendwann wieder hier, ähm, ja, also das ist jetzt, äh, äh, ich, ich finde, wenn du jetzt sagst, naja, es war nicht toxisch und so und eigentlich fing es ihnen auch gut, ja, dann ist jetzt dieser Zwischenzustand, ne, ja, aber, äh, ist das nicht auch wieder People-Pleasing, dass du dich jetzt irgendwo bremst, das wolltest du nicht machen, ne, ich habe Ihnen jetzt mal vorgeschlagen, dass wir bis in drei Wochen zum Treffen keinen Kontakt haben, außer es fühlt sich richtig blöd an, es gibt aber nach wie vor bei der, einen Teil in mir, der es einfach schön findet, sie zu hören, äh, ja, sie muss jetzt aus deinem, also du hast wirklich eine Menge erreicht jetzt hier, du musst jetzt auch nicht so aus deinem Herzen so eine Mördergrube machen, ne, sagt man das heute noch, ähm, also wenn du sie anrufen willst, dann rufst sie an, oder wenn du dann sagst, ja, ich glaube, es ist doch cooler, wenn wir telefonieren, ne, du musst, musst, musst das jetzt, kannst das auch ändern, so, ne, was denkst du, bin gerade ein bisschen überfordert mit der Situation, würde mich wahnsinnig mehr an eine Antwort von dir freuen, herzlichen Grüßen, Brezhnevkolov, ja, äh, also gute Arbeit, gute Arbeit, schreib mir mal, nach dem Date, lese ich dann gerne nochmal vor, wenn mich auch mal interessieren, das ist ja selten so, dass, es vielleicht doch nochmal eine Chance gibt, ähm, aber wie gesagt, lass dich jetzt von mir auch nicht reinreden, das zu machen, wenn du es zwischendurch nicht mehr fühlst, dann fühlst du es halt nicht mehr, ne, in diesem Sinne, mach die beiden Kurse, nutz den Code, Black Week, äh, 25 bis Sonntag, 22 November, und, äh, vielleicht sehen wir uns ja auch in, äh, Berlin morgen bei der Lesung, oder in Hamburg, Olympische Party, Freitag, und bis dahin, ciao. Oidi Gärslecht aka Ibele – Ehm,